So, jetzt sind wir am Garten. Komm. Komm, die haben wir. Komm. Ja, da gehen wir jetzt rein. Achtung. Warte. Bevor du anfängst zu filmen. Ich filme schon längst. Diana, was ist los? Na, los. Na, dann komm. Wir zeigen dir mal den Garten. Komm mal mit. Na, dann komm mal mit. Ja, da wird alles geschümmert. Komm, Diana. Ach, die hat jetzt nicht so gut. Mach mal mit Pullen. Ach, da kommt schon gar nichts mehr raus. Na, komm. Komm, Diana, komm. Komm. Ja, komm, Puppi. Hopp. Wie viele Meter hat die Leiden? Acht. Komm. Komm, 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 komm. Na, komm. Ja, fein. Alles interessant. Noch mal das Beinchen heben. Ja, sie schaukelt von der Marbelle, ne? Komm, Diana, komm. Oh nein. Da will auch wieder einer ins Loch. Voll. Dieses Loch hat es allen angetan. Ja, komm, es geht noch weiter. Komm. Komm, Puppi. Ja. Losieren. Lass mal gucken, woher hin will. Ja, willst du gucken? Diana irritiert mich. Schlepplein. Schleppi muss sein. Komm, Diana, komm. Na hoch. Lasse doch liegen, lasse los. Na, Diana, zeig ihm mal den Garten. Lauf. Komm, geht noch weiter, Schätzchen. Gucken, dass er da kein Wasser trinkt. Aber du hast alle weggemacht, gut. Ja, hier, die Fässer sind ja weg. Als wär's das Normalste auf der Welt. Lucien, komm. Wenn der Kie. Guck mal, dass er da nicht unbedingt reingeht. So. 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 So ein neugieriger. Ja, der ist halt hier. Und alles genau beschnüffelt werden. Ah, der riecht die Bildschirke, gell? Ja. Es könnte sein, dass er das alles riecht. Sie sehen sich überall hier. Ja, er hat sie schon entdeckt. Okay. 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 Sehr gut. Oh. Ja, okay. Komm geht noch viel weiter nach hinten. Guck mal wie die Diana schnuffelt. Guck mal wie die Diana schnuffelt. Garten geht noch weiter, ich muss hier nicht beobachten. Alles interessant. Hi. 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 Du Süße, du bist so schön weiß.